Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, jetzt haben wir uns mal die Backe erfüllt. Hier war der Speicherpunkt, erst mal speichern Leute, erst mal speichern. Erst mal speichern, da mache ich hier trotzdem erstmal einen Schnitt, ich spiele schon eine Weile an dem Speicherpunkt in Schnitt und dann machen wir dann beim nächsten Mal hier den Speicherpunkt. Ja, da wird das natürlich eine Folge haben, ist ganz klar. Kurz das Spiel hier, Aufnahme, Pause, ich spiele schon so lange. Ich wollte eigentlich nur noch speichern, wenn wir gewusst hätten, noch mal so schnell zurück. Also so zu sagen, bis gleich. So meine Lieben, da sind wir wieder zurück. Jetzt mit Gesicht, ab jetzt mit Gesicht habe ich also, so jetzt müssen wir, wo müssen wir lang? Aha, wieder darüber. Ab jetzt mit Gesicht. Ja, ich wollte es erst warten, bis die nächste Folge ist, aber hier kann man gleich nochmal aufladen, natürlich, oder? Da sind Punkt. Ja. Können wir mit der kommen? Hä? Da können wir hoch schießen? Ne, das wollte ich jetzt nicht. Wie war es mit Kreuz nachladen? Ach, geht. Ja. 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 Jetzt müssen wir wieder hier. Hä? Von der anderen Seite machen. Ja. 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 Ja, die Leute, die Leute, die Leute. Na, wir müssen die da wieder rüber gehen, die Plattform. Alter, aber was ist denn das denn hier wieder? Ja. 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 Hä? Sag mal... Die Leute, das ist mehr viel? Gezuckern... Ach nee, ich habe das Falsche genommen, Leute. Warte mal, wir müssen... Mensch, wir müssen das Andere nehmen hier. Zielen wir schon, das hier. Ah ja, genau. Jetzt! Oh, einen falschen Knüppel, das Andere wurde bloß zum Verlangsamen. Ein bisschen zu mir. Ah! Ah! Dort! Sind das für viele Schuhe? Nein, ach Mensch, ich wollte nachladen, sehr was blödes, sehr was blödes wieder, ich wollte doch nachladen, wo müssen wir jetzt eigentlich hin, ach doch lang, wo der liegt, wir gehen mal hier runter, mal gucken, ob ich jetzt nachladen Oder habe ich für das Ding keine Munition mehr? Nee, das wollte ich ja gar nicht, was passiert hier? Oh, ne, da gucken wir mal Alter, was war denn das? Plasmaenergie? Ach, das war voll oder was? Jetzt nehmen wir mal einen Plasma-Schneider, was war denn der? Müsst du hier mal nicht mal nachladen, so, wir drehen die Opa mal rum Lass mal, Energie ist voll Guck mal, dort sind doch immer noch Schränke, da waren wir ja noch gar nicht drin, oder? Wie kommen wir hier rein? Du warst mir hier schon drin, close it Wir müssen hier lang Hey, was ist denn das? Was ist denn das mit mir wieder? Mit mir ein Knöpfchen legen? Hey, was sind das für Faxen? Alter, wir haben gar keine Gesundheit mehr Alter Okay, Medi packen wir Scheiße, machen wir ihn jetzt Fliege ihn dort noch rum Nee, Blasmaenergie, ja, das können wir auch machen Was wird denn das nun wieder? Wir haben keinen Medi-Pack mehr Wir sind gleich dort, da fangen wir nochmal von vorne an Ja, hilft ja nichts Schauen wir hier, wie lang Genau Jetzt sind wir wieder hier So Hier ist erstmal was zum Speichern Machen wir erstmal, ne? Wisst ihr ja, Speicherheim war auch nicht hier ohne Schöpf Da können wir jetzt nur So Kleiner mal Wir haben mal was verkürgen Wir gehen mal hier in den Schöpf Okay Hier, hier wird der Schöpf Ne, da hinten Wir brauchen mal hier, wir müssen mal hier Wir gehen mal in den Schöpf So Schöpf Was haben wir jetzt im Inventor Wie können wir im Inventor plattern Aha Warte mal Plasmaenergie haben wir so viel Was können wir hier machen? Auswählen Verkaufen Bewegen Ach, wir können es auch sichern Wir können es auch verkaufen Wir können auch schon ein bisschen was verkaufen Sonst kriegen wir ja nichts mehr hier rein Jetzt machen wir mal bewegen Haben wir jetzt gesichert, oder? Ahja Wir können es also besichern So Den Rest behalten wir mal Jetzt gehen wir in den Schöpf Wir brauchen Medipack Energieknoten Medipack Wie viel Geld haben wir noch? Kredits Was kommt der Flammenwerfer? Der kostet 11.000 Anzug Level 2 Kostet 10.000 Plasmaenergie Impulsprojektile Oh gut Warte mal, wir brauchen schon noch Medipacks Luftkanister Wir brauchen auch gerne mehr Anzug, holen wir uns einen neuen Anzug oder machen wir Impulsprojektile, Plasmaenergie hat man ja, ne Plasmaenergie ist ja, ne was haben wir jetzt, Inventor, Plasmaenergie, das haben wir ja nicht, Anzug Level 2, Impulsprojektile. So, jetzt kaufen wir uns den Anzug immer noch, oh, jetzt war das Geld eh, alles so, ach so, jetzt müssen wir erstmal da rein, aha, haben wir uns immer besser geschützt, wenn die komischen Viecher kommen vielleicht, ich weiß es nicht, neuer Anzug, Oh du, neuer Anzug So, jetzt können wir hier, ne können wir noch nie Ne, wir haben ja nichts, wir haben noch 150 Kredits, so, beenden So, jetzt müssen wir erstmal hier unseren Oh Gott, das war's jetzt, zwei Medipacks Oh Leute Die Schränke haben wir schon geplündert, da haben wir schon alles geplündert Ja, wir speichern jetzt nochmal, damit wir einen neuen Anzug haben Damit wir den neuen Anzug haben, du Sonst ist das ja wieder weg, du, sonst ist das wieder weg So Jetzt müssen wir ja hier die Bombe legen, oder? Machen wir, genau So, kriegt man das jetzt, müssen wir die erst bauen, benutzen Eine Aufgabe erfolgreich erfüllt, oh Gott Haben wir weiß, was uns jetzt wieder erwartet Oh Gott Umdrehen Okay, sie sind durch, bis zur Leichenhalle sollt es sicher sein Die Codes sind an der Leiche des Käpt'ns Aha Was ist das? Video-Flock Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören Wir brauchen mehr Hilfe Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern Niemand will uns sagen, was hier los ist Diese Wunden Wir sind auf sowas nicht vorbereitet Gott Bringen Sie ihn zu dem Tisch Halten Sie ihn fest Schöpter Drücken Sie ihn nach unten Himmel Ende der Aufzeichnung Ja Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist Sind das Oh Gott Was sind das? Oh Gott Hä? Was sind denn du? Wo sind wir denn hier? Gibt es ja immer was, was wir hier haben? Das ist wieder eine Kiste Kreditsfragen und durch keine Kreditsfragen und durch keine Und dann schauen wir mal Was wir so Was wir so Was uns da so wieder erwartet Und wie wir voll versorgen Ja, meine Lieben Ich hoffe es hat euch wieder gefallen Jetzt mit Gesicht Ich freue mich wie immer über nette, konstruktive Kommentare Däumchen da oben Den einen oder anderen Abonnenten Und wenn ihr nicht verpassen wollt Dann macht die Glocke an Dann danke ich euch fürs Zuschauen Und sage bis zum nächsten Mal Tschüss, euer Heinz Däumchen 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 Däumchen